Harze, viel Willkommen zu, wie man lesen kann, Flix & Chill Nummer 2, oh was geht hier alter, krasser Beat geht hier ab, yeah, yeah, oh, yeah Flix & Chill Nummer 2, hab meine Pillen nicht dabei, äh, krieg den Kopf nicht mehr frei, äh, hab erhöhten Augendruck, äh, weil ich so häufig mit den Augen zuck, wenn ich in deine Laube spuck, äh, yeah, cool, klar, ist klar, Freunde, äh, Freestyle Kreis Nummer 2, verbreitet die Message, alles klar, spuckt Fremden nicht mehr, nicht in die Laube, okay, äh, Flix & Chill Nummer 2, ja, next, wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat auf meinem Kanal, ne, reingucken und abschrubben, hahaha, scheiß das, Leute, los, okay, Melanie, Melanie ist heute in Episode 1, boah, Flix & Chill, alter, die nächste Ebene, ich weiß gar nicht, ob man meine Stimme richtig hört, weil hier diese ganze Zeit dieser Beat abläuft, ja, richtig krasser Scheiß, okay, boah, das ist ein richtiger Edelclub, ja, hier sind Leute mit Masken und so, guck mal, die machen hier, ähm, Wie heißt denn das, keine Ahnung, der Willy Willy Billy Dance? Oh, Melanie, wow, haha, der first Rave, Win, heißt die Win? Was ist das für ein Name, Winnie, ah, okay, ist ein Spitzname, Oh, I know, isn't it awesome? We're really living the dream, ja, wir leben den Traum, Alter, wir sind auf dem Rave, yeah, okay, Oh, Tristan und John müssen wir finden, do we have to? Spiel ich heute ein Mädchen? Muss ich heute einen Typen aufreißen, oder was? Okay, dann lass uns die suchen, Alter, auch wenn sie vielleicht Mörder oder Aufschlitzer sind Yeah, Alter, die Mucke, haha Boah, wie die Raven, Alter Was geht jetzt ab, die neue, Alter, ich hab's Hier ist Moven, Escape Pause, Play, warte mal, kann ich hier Escape ist Ah, okay, guck mal Oh yeah So, ist doch viel entspannter Sorry Leute, aber das musste jetzt sein Weil ich höre hier sonst gar nichts, ich höre hier nur diesen krassen Rave Tristan, John, ah, Interact oder Space, oder was? Ah, okay, guck mal, ah Ah, okay, ich kann, ich kann dancen, Achtung Ich kann dancen Uh, 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 uh Alles klar, ich denke, wir sollten, hey, Tristan, bist du Tristan? Oder John? Wir suchen Tristan und John Hi there Oh, hey, hey, was geht ab, Ladies, hä, alles klar, hä, unten auch Hey, Melanie, was machst du da? Ähm, ich mag deine Haare Haha, danke Oh, come on, komm, wir gehen weiter Es tut mir leid, sie ist nicht, äh, interessiert, egal was du verkaufst Also, lass uns weitergehen Oh man, ey, vielleicht hätte ich aber hier so ein paar coole Chill Pills Und dann Backdancing to the 90s, wäre doch endgeil Okay, uh, uh, vielleicht stelle ich mich hier zwischen Hey, guck mal, ihr seid doch zwei süße Guys, oder? Wie läuft's, hä? Oh, oh Oh, Tristan und John Hey, Melanie, Winnie, was geht ab, Ladies? Yeah Hey, benehmt euch Tja So, warte, ich muss jetzt hier kurz Okay, okay Ja, die coolen, die kommen immer später auf die Party Hey, habt ihr Spaß? Ah, sicher Ja, ha, 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 ha A little bit of booze You guys want to get some drinks? Okay, sollen wir ein bisschen was saufen und dann tanzen, oder was? Hm Boah, sicher, oder? Oh, ich mach Okay, guck mal, ähm Ich mach auf Ich möchte soziale Interaktion, aber ich möchte nicht die Kontrolle verlieren Also bitte nichts Alkoholisches Vielen, vielen Dank, okay, okay Er möchte etwas Leckeres Das ist natürlich dann die Frage, ob das auch Alkohol ist, ähm Okay, ich besorge uns was, äh Okay, ähm Wir werden euch was besorgen Äh, was, okay Ja, 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 klar Bin ich dabei Ne? Bin ich dabei Deswegen hab ich dich so lieb Komm, wir gehen Yeah, ich bin ne Bitch Ich bin im Club Und ich tanze vorm DJ Yeah, yeah, yeah Okay, äh Da geht's nicht weiter Dann latschen wir mal Alter, das ist ja ein völlig neues Spielsystem Damit hab ich jetzt echt nicht gerechnet, Alter Und schon wieder bei 420 auf die Uhr geguckt, Leute Das ist, ich weiß nicht, warum das immer so ist Okay, hey, du da Bob Ross Ich brauch ein fucking Drink Aber ohne Alkohol Mit Libellen-Sperma drin Okay, excuse me Entschuldigung Hey, was tust du da? Äh, ich besorge uns was zu trinken Ähm, du kaufst dir keine Drinks Du bist ein hübsches Mädchen Die kaufen keine Drinks Worüber redest du? Äh Jetzt bin ich konfus Ja, jetzt weiß ich auch nicht Was genau Du weißt halt, das ist zu bedeuten Okay, du nimmst den Kerl zur rechten Und ich den linken Äh, worüber redest du? Äh, mach einfach, was ich mache Wir werden heute nichts für Drinks bezahlen Alter, Biatsch Äh Hey, Schnuckliger Hä, danke schön Hä, hä, hä Ich hab ein Katzenpullover Hä, 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 hä Okay Ähm Bin ich emanzipiert Oder bitchy Ich erbitch mir auch ein paar Drinks, oder? Ich erbitch mir ein paar Drinks Dann gibt's vielleicht hinterher noch ne Schlägerei Uh, hey, Hotshot Was geht ab, äh So, was machst du so? Kaufst du mir ein Drink? Hey, was machst du so? Vielleicht lerne ich heute noch nen netten Typen kennen, äh Ja, ich mach so viel, ne Ah, er hat nen Gaming-YouTube-Channel Ja, das ist, also Haben wir da Kiesjog getroffen, äh? Hahaha Wow, das ist so cool Oder ist es lahm? Ist es lahm? Ist es lahm? Eigentlich müsste ich jetzt sagen Hey, es ist voll lahm, YouTuber zu sein Ist doch kein Job, ey Aber ich mach mal einen auf Ey, wow Weil wenn er YouTuber ist, kann er mir auf jeden Fall einen Drink ausgeben Hey, soll ich dir einen Drink kaufen? Ja, Mann, auf jeden Was kann ich dir bringen? Cranberry Soda Ich will aber nichts Alkoholisches Mojito Äh, Blue Punch Yellow Punch Was? Ich will Was, was? Blaupunch? Zwei 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 Danke Ah Dankeschön Hey, bevor ihr geht Ähm Du hast echt ein süßes Lächeln Ja Dankeschön Ist das nicht ne Tussi? Macht die mich an? Ist das hier jetzt The L-World Party Oder was? Ah Ah, sie will ein Model für ihren Blog Alter, sind denn alle Menschen nur noch im Internet aktiv? Arbeiten überhaupt noch Menschen da draußen? Wer verdammt baut unsere Autos? Und unsere Flugzeuge? Und unsere Scheißhäuser? Ja, komm, ja, bin ich dabei, ey Klar, mach Fotos von mir Okay Na, ja, ja Was hat der jetzt davon von eurem YouTuber gehabe? Hey Punk Geh mir aus dem Weg Ich hab Drinks für die Boys Hey Boys, was geht? Ich hab Drinks am Start Alter, wie's abgeht, ey Boah, es war ein Blast, Alter Das scheppert, ey Ich find das nicht gut, was wir gemacht haben Ja, das ist nicht so nett Ah, komm, Alter Ja, wir haben sie ein bisschen, ne Angemacht, das ist geil, ne Und sie finden's geil Und deswegen Winnie, lass uns tanzen, Alter Let's dance Okay, okay Oh, guck mal, der Boy, Alter Der hat die Hand schon rausgestreckt, ne Oh, die Ladies, Alter Guck dir mal den Hüftschwung an Oh, er verliert das Interesse an seiner Tussi, weil ich bin einfach Ja, ja, guck mal Die Boys, das gibt Streit Hey, was du machst du da? Ich tänz mit Melanie Winnie ist dein Girl Hey, was ist dein Problem, ey? I'm just dancing with I'm dancing, ey Sei mal kein Asshole, Alter Ich bin ein Asshole, Alter Weil du ein Asshole bist, ey Okay Sie können ja für sich selbst entscheiden, ey Was? Ich bin ja kein Hund, Alter Dance with Ich tanze mit keinem, glaube ich Heute mache ich keinen, klar Jungs sind so scheiße Ja, genau, ey Klärt eure Differenzen, ey Und sie geht's da rüber Komm, wir gehen da rüber tanzen, ey Hier sind doch bestimmt noch geilere Boys irgendwo Auf die habe ich keinen Bock, ey Die wollen mich nur schnattern heute Abend, ey Klar Oh, mach ich vielleicht heute meine erste Be-neugierig-Erfahrung Be-neugierig-Dance Uh, 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 uh Ah, wir brauchen keine stinkenden Jungs Oh Totally right, yes Komm, nur wir Mädchen haben Fun Oh, oh, worauf läuft das hier hinaus? Oh, da ist mehr about you, Alter Du Oh, 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 Gott Was für die Fühlst du es nicht auch? Yeah, I do Oh, 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 ey Lesbos Party Mit dir ist einfach alles möglich Ah, komm Jetzt machst du mich aber verlegen Dance closer Yes, yes, yes Dance closer Uh, 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 uh Äh, sollen wir uns nicht mit den Jungs wieder treffen? Oh, du hast recht, äh Was? Wieso? Oh, Mann, Alter Ich wollte gerade hier auf Tuchfühlung gehen Ja, Mann Oh, guck mal Die machen aber Aggro-Dance Können wir auch woanders hingehen? Kann ich mir nicht ein paar andere Boys suchen Und hier die Geschichte nochmal Stark verändern? Oh, Gott Ich glaube, ich muss die Mission hinterher Ich musste im ersten Teil Musste hier alle Missionen nochmal spielen Weil ich es ja wirklich so schlecht gespielt habe Ja, dass ich nie einen irgendwie klar gemacht habe So, ganz am Ende habe ich, glaube ich, mal einen klar gemacht Dann während der Aufnahme Uh, uh Oh, yeah, was ist das? Oh, nein Grab Äh Winnie Winnie Oh, danke, Winnie Uh, danke Das war knapp, äh Okay, danke Hey, hey, was? Wieso haut es hier ab jetzt? Was war das denn jetzt? Ja, was ist ihr Problem? Okay, ich möchte sehen, was mit ihr los ist Ich werde mal nachschauen Aber jetzt sind alle traurig Obwohl die Boys freuen sich Hey, was ist los? Ich dachte, wir machen Lesbos Hallo Hey, was soll ich? Was geht, ey? Äh Brauchst du noch was zu trinken? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Oh, Melanie Du weißt echt nicht, worum es geht, oder? Äh Der mir alles sagt Und yes Okay Ich werde ein bisschen für mich alleine tanzen Okay Hm, okay Okay Alter, was geht hier ab? Das ist ja eine richtige Also, boah Im Gegensatz zum ersten Teil Das ist ja mal super krass Guck mal, der andere Boy ist auch weg Jetzt könnte ich mir den Boy schnappen Ach, hier ist er Er tanzt in the group Aber ich, ich Äh, was machen wir denn jetzt? Ich würde ja lieber mit dem Girl dancen eigentlich Komm schon, wir machen wieder Hä? Hä? Dancy dance Hey, Winifred Hey, babe I do I want to dance with you Oh, yeah Really? Yeah Let's party Lesbian kisses Oh, yeah Wir haben so viel Spaß tonight Oh, yeah Wir haben eine Lesson gelernt Wir brauchen keine dummen Boys Oh, ja, das ist true Ich möchte dir wirklich danken Ja Mit dir fühle ich mich besser Und Ich, äh Ach, ja Keine Ahnung Seriously, ja Ich bin für dich da Wie ein guter Freund Das nun mal ist Yes, yes Ich bin froh, dass ich für dich da sein kann Ja, du machst mich wirklich Du machst mir unten rum Ein schönes Gefühl Ja Dann brauche ich mir keine Gedanken Über die ganze Welt machen Was ist los? Ihr wisst doch Da knistert doch was in der Luft Oder? Die ganze Zeit Warte ich nur darauf Dass sie sich in die Arme fallen Und Ich mache euch Like the only fun times Und die waren immer nur mit dir Ich kann nur mit dir glücklich sein I like you too Äh Ja, I like you too I like you too Win, really Yes, 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 yes Komm schon Ich habe lange für diesen Tag gearbeitet Ein Goofball Was ist denn ein Goofball? Okay, okay Du machst mich halt Du Bei dir fühle ich mich Konfident Und halt schön und gemütlich Und ohne dich fühle ich mich nicht genauso Ja Oh, oh Gott Ja Lesbenkuss Ha Warum verschwinden wir nicht von hier Ich würde sagen Ich würde sagen Wir sehen uns In der nächsten Episode von Flicks and Chill Oder irgendeinem anderen Kram Ihr werdet schon irgendwas finden Womit ihr euch beschäftigen könnt Und ansonsten denkt immer daran Schaut keine Nachrichten Lasst den Fernseher aus YouTube ist cooler als das Fernsehen Wir sehen uns beim nächsten Mal Auf Wiedersehen